hier ist der ghost dog oh ja ich sehe ihn dass du da raus sie bleiben jetzt hier mal stehen sie bleiben hier stehen bleiben sie sofort stehen oder ich werde sie da aus dem auto raus tasern wo ist der hingeflogen gucken sie sich den mann an der darf jetzt für 40 monate ins gefängnis weil er keinen strafzeite zahlen kann ja das ist schön sie können jetzt den richt angucken und dann werden sie sich in seiner hautfarbe ins noch dunklere verlieren und dann werden sie wahrscheinlich einschlafen ich habe drüben noch ein party das neue dienst gebäude jetzt haben wir noch ein paar mehr kollegen ist so ich setze ich mal kurz am pc und überprüft hat mit dem strafzeiten ich wollte an pc und ausrechnen und richtig direkt aufs schoß vor wer ulbricht ich glaube ich glaube wir gehen wo anders sind also viel spaß auf jeden fall wir nehmen den anderen tisch inkorieren sie die herren einfach nicht das hüten hüten vergessen ich konnte irgendwie nicht auf zu gucken ich glaube ich habe das eben noch verstört ja ich bin dritte das video ja ja er beschießt uns er macht der da oben ich habe einen ich habe einen ich glaube ich habe die piloten ja ja nice easy